Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Pre-Sequel mit der Spielpirat Moin! Und in meiner Wenigkeit im Korden Und wir sind... Ja wir sind hier Wir sind hier Wir sind hier ja Und äh Du brauchst Munition Ja ab diesem darf man wirklich verkaufen Stimmt verkaufen kann man auch noch Stimmt meine Schilder gar nicht wecklen Die Schilder waren alle Schlachter gewesen So Habe ich ein bisschen Geld noch? Gibt es da ein besseres Schild? Ne ne? Es sind alle eigentlich Nein! Nein! Ich wollte es nicht kaufen! Tja Leck mich doch Okay Jetzt haben wir irgendwas tolles Munitione Ich möge es dir helfen viele Gegner zu töten Wie ist denn unser OZ-Kit hier? Ähm Kann man ein neues kaufen? Ja ja kannst du Schild, 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 Schild Ne ich sehe bloß Schild 155 402 Ach hier unten Ah Warte aber alles schlechter anscheinend Okay Werte direkt verglichen Dann würde ich sagen lass uns los gegen hier ne? Wir müssen da raus Wir müssen irgendwas erledigen Ihr müsst irgendwen erledigen wohl eher Ach irgendwas irgendwen man Wir machen sie alle fertig Oh Jetzt lukt es meine Augen drauf Boah Seht ihr Söldner Die sich meinem Schiff nähern Ich werde in die Luft aufsteigen Und euch mit einer Arschbombe zerquetschen Ach da ist er Stirb doch einfach Was kommt denn da? Was ist denn das bitte? Keine Ahnung Aber da kommt noch mehr Neine Ahnung Aber da kommt noch mehr Rechts Uah Der Irre Dann kommt ein Irrer Ja bitte Habe ich dir hier gelassen Boah das Okay das Neppegewehr ist Bisschen gewöhnungsbedürftig Das nen Feuerschlussmodus hat Das habe ich auch noch nie gesehen Sehr ernsthaft? Ja Wo sind die noch? Da muss jeden mal was fliegen Aber wenn alle tot Da unten Da links Am Abgrund Sozusagen Ne den hast du schon Ah da rechts kommt auch noch was Du weißt Du weißt Oh ich war Stirb alter Uff ich hab vielleicht gar nicht in den Mund mehr Dann kämpf mal Äh Uff Warte mal ich brauch Sauerstoff Verdammt Wo ist die Sauerstoff? Da hinten Warte mal die müsste auch Ah hier kann man auch Sauerstoff aufsammeln Ok Ja Ach guck mal da hätten wir auch drauf schießen können Verdammt Also auf die Fässer wahrscheinlich Ja genau Ja Das solltest du auch tun Oh ist mein hier noch schönes Ja ich bin auch grad am gucken Oh Guck mal hier ist ne Ware die war leider nichts äh Elikad bräuglich oder? Ja Aber sieht cool aus war die Landschaft so ein Stück weit Warte ich seh sie grad nicht Ich bin noch hier hin Wenn du herkommen würdest Ja bei uns Würdest du den nächsten Krieg anfangen können Echt? Zeit für Krieg Ja Ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Mal einfach mit Wenn's dir da genehm ist Äh Was machst du hier grad den dritten Weltkrieg oder? Woah Alter Laufhörig um meine Linse du Schwestern Da oben Oh Schön gemacht Ich hab's ich hab's aufgenommen wie du ihn erschossen hast Schön Hält das immer noch ein Schön Das ging jetzt schnell Ach ne das ist nochmal einer da hinten Oh ne das war's Fass Ich hab ein unschuldiges Fass erschossen Hä? Wie kannst du bloß? Da ist immer noch einer Wie die weg springen ist ja krass Ich find's auch krass wie die ganzen Dinger hier aufgehen Die ganzen Die ganzen Ähm 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 Weißt du was ich meine? Die Fässer und so weiter Will ich so aufploppen Ja genau Hab ich auch schon gesehen Alter Okay Sauerstoff Warte ich muss noch kurz ne Waffe austauschen Warte ich muss noch kurz ne Waffe austauschen Ich hab grad was besseres bekommen Ähm Wo ist es denn? Hast du gesehen dass du ne bessere Waffe gekriegt hast? Ich hab irgendwo eine aufgesammelt Da schweigt Ach du kämpfst schon wieder sag doch was Ja naja Wunderbar Woah Wird abgeschossen Oh die springen so krass weg Nein der wirft Granaten Ne Oh ich muss noch lang Ich find die Köpfe so krass bei denen Ja ne Ey Den wollte ich mir holen Zu spät Ha Du rück Okay kannst dann nimm den Wurde den daneben Mach ich doch Mach ich doch Mach ich doch Da kein Problem man Höh Komm Ich will ich doch nicht alleine den ganzen Spaß hier machen lassen Auch nicht Ne Achso nicht Was Nein darauf schieße ich jetzt nicht wenn ich direkt neben stehe Du lebst noch du Sau Da kommen ja noch mehr So In Aber da kommt noch einer Wo? Komm keiner mehr Was ist mit dem da? Achso den hast du gerade erschossen Okay Ah naja ich dachte mir Ja Darum hast du ein Safe übersehen Weißen Hä? Ich hab dir auch was übrig gelassen Ach ne die musste man Ah Aufschlagen Okay Interessant Achso das wusste ich nicht Oh Granaten Oh Granaten Wo ist halt mal die Waffe wechseln Oh ne hier ist Munition Ähm ja Ist interessant hier Ich glaube jetzt gerade immer so eine Verwinkelte Sache rüber Das ist Ah Korrosionsfass Meinst du das sollten wir nicht anschlagen? Hm nicht wenn man direkt daneben stehe Und wenn du daneben stehst und ich drauf haue Äh wenn ich Kann man auf die Dinger nachstehen Bin ich auch dagegen Ne kann man nicht Hast du das kaputt gemacht? Ja Nein ich hab nur Ich würd mal gern da rüber laufen Oh So hier öffnen Hier sind meistens Waffen drin Oh kannst du hin Nur zum Verkaufen Nur zum Verkaufen Ich bin Waffenhändler Du bist ver... okay Ja Warte Ich will mal gucken was es da eingesammelt hat Ich weiß dass hier keine Luft gibt Ich würde hier rüber fliegen Ich hab nur noch Luft Wo denn? Ja Hier ist Luft Ich sterbe Jetzt dein Boost Boom Den drauf Okay So Ähm Let's go Gucken wir mal Was haben wir noch Das ist 33 95 Pipapo plus extra Die wär besser sogar Aber Aber dass ich wirklich Feuer hatte oder? Ne Es ist ja alles merkelwürdig hier Nein wollen wir nicht Merkel Ja Sowas von merkelwürdig Okay Ne lass uns Lass uns weiter campen Äh Wo müssen wir hin? Wo zeigst du das da hinten ne? Irgendwo hier Warte mal Hier ist noch was zum aufmachen Plopp Boah Komm jetzt hier hoch man Wo Zeig mir das hin? Hä? Hä? So geht's mir auch grad ja Komm hier Vielleicht müssen wir hier rumlaufen Komm ich dort hoch? Ach lass mich doch springen man Vielleicht müssen wir hier reinlaufen irgendwo Ich spring mal hier oben drauf Ach ne da hinten Nein 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 ich fall runter Aufschlagen ist nicht Ist hier irgendwas mit aufschlagen? Nein Was zum Teufel machst du in Deadlifts Territorium Kammerjäger? Ich hab hier ein Paket unterschreiben Meint er dich oder will ich? Ich glaub dich äh also uns Gib dem Scarf das Klemmbrett Ach hier Klemmbrett Hier oben Wie kommst du denn da rauf? Ich bin hochgesprungen Und jetzt? Schwer ab Er hat das Paket? Öh ich brauch unbedingt Sauerstoff Scheiße Ich auch Hier hinten Welche Rätsel verbergen sich in deinem inneren Oh geheimnisvolles Paket Ein kleines Kätzchen Ein Messer Warte 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 Ich bin falsch runter gesprungen Ich hab das Sprungpad deaktiviert Verzeih mir Sprungpad War nicht so gemeint Was geht denn grad ab? Geruch zu der geothermischen Schalteranlage Sieh nach wo es hakt Ich glaube es hakt Lege den Schalter um Okay Was jetzt erledige der Scarf Den mit Schalter Wo ist jetzt die geografische Dingsbums da? Da oben? Müssen wir da jetzt nochmal hoch? Verdammt bin ich zu früh runter? Es ist zu früh weil du kein Sauerstoff hattest Es ist zu früh relativ Ja Ich kam immer nicht drauf wie Wie schaffst du das hier drauf zu springen? Mit Doppelsprung, hm? Nein, verdammt Du sagst das hinten ist irgendwo Sauerstoff? Ah da, ich seh's gut So Oder kommt wer hier für dich drauf? Na shit Ich muss sagen Mein Sauerstoff ist auch langsam ein bisschen Ah du hast Geld gefunden sehe ich grad Ja aber ich weiß nicht was ich jetzt hier machen soll Ah Ah da Verteilen Ich hab jetzt aufgesammelt die Poster Nieder von mir im Versteck meiner Feinde aufzuhängen halte ich für keine gute Idee Ein Poster hängt, weiter so Meine Kunden bekommen wofür sie bezahlen Selbst wenn du ihnen dabei das Brustbein mit Kugeln durchsieben musst Mh okay Haltet dieses anerkalte Hyperion Park auf Hm, das sieht wirklich furchterregend aus Äh Wie labert aber was, was, wo denn? Ach da hinten bei dir Ich brauch kurz Luft, ich brauch kurz Luft, ich brauch kurz Luft Hier hinter dir, achso nein Nee, vor mir Du musst schon weiter weg Naja, so Jetzt da, äh, wo sind die das Ach da, oh ich, ach da sind die ganzen Dinge, Alter Ich bin in dem falschen, falschen Diese kleine Minimap, die kann man anscheinend nicht vergrößern Habe ich getroffen Ja, hab's jetzt getroffen Ist gar nicht übel Nur noch zwei und das war's, ich bin dir sehr dankbar Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt das daran, dass ich monatelang alleine dem Wildnis zugebracht habe und fast von Craigens getötet worden wäre Wo war denn das? Ich brauch kurz Luft Also eins ist da oben irgendwo Jetzt seh ich's nicht mehr, scheiße Wo ist denn das hier? Irgendwo? Eventuell auch über dir irgendwo Aber ich steh eigentlich direkt davor Krieg's So Ich muss zugeben, ich seh ziemlich cool aus Äh Jetzt noch das letzte Poster auf und der Job ist erledigt So, wo ist das letzte? Ach da Wahrscheinlich, ach, das ist ja gar nicht da drin Ach, das ist ja gar nicht da drin Okay Sehr gut Kacke Ja, sorry Das ist schon überbelichtet, deshalb hab ich stattdessen ein Katzenbild genommen Katzen mag jeder Ich hab immer Komm zurück Wo, wo, wo müssen wir lang? Mückenfliege gefangen Mückenfliege Mückenfliege? Fliegen 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 Lampe meine ich Was? Ach das ist da oben Jetzt da, ich seh's schon Ja, genau Ja, mich belastet mein vieles Geld so dermaßen Verkaufen Ach das belastet dich? Verkaufen Ja Haha Okay Hier gibt's nichts Neues, oder? Was ist der Gegenstand? Das ist ja auch nicht So Huch Ich weiß noch, wie ich damals bei Borderlands 2 so dämlich war Und ähm, die Sachen immer nie verkauft haben und nichts mehr aufsammeln konnte Ja, das war Boah, das ist jetzt zugeschissen mit Waffen Ja Okay Bist du bereit? Dann, ja wir sind bereit Leute, wir reisen Auf nach Ödnis der Stille Schöner Name Ja, aber hallo Der Reni dich Was denn? Falsch ausgesprochen Aber darf mit Absicht So, gehen wir hin Wieder zurück Äh, sprich die Karte Ah, ich kann mich grad nicht öffnen Jetzt äh Wieder zurück Wieder zurück zur Basis Sprich wir dürfen gleich wieder die ganzen Viecher abknallen, weil die ja immer wieder kommen Ja Und das ist auch schon das erste Ist deins Ich dachte meins So herz Hab ich doch gelassen, ich hab dir nur angeschossen Großwildjäger hab ich grad bekommen Das ist jetzt schief Boah Ernsthaft? Ja Du machst doch sonst gar nichts Anscheinend genug Hö, Hilfe Das rollt mich an Ja, deswegen geh ich weiter Tss Ne Wenn du so arrogant bist und das immer alleine machen willst Na Döp 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 Ich hab schon wieder Ich hab schon wieder Hm? Hast du Besuch? Ja, so ein bisschen Ich muss nachladen Ich glaub wir werden grad von hinten Uff Wo ist das? Wo ist es? Da ist es Ich hab keine Munition mehr Ach du Scheiße, das ist schlecht Waffe wechseln Oh nein, oh nein, oh Oh fuck Nein Bitte Mit dem letzten Schuss musste ich nachladen Was ist das bitte? Nächste Level Wo? Hey Kusch, lass mich doch mal nachladen Geht doch Meine Fresse, Alter Du kriegst du mal das nächste Level Habt ihr auch ein Level? Welches Level willst du? 5, ne? Wo steht denn das? Jetzt fahr mir nicht in der Mitte unten 6 Du bist Level 6? Was bist du denn für ne Pumpe? Weiß ich Irgendwas machst du falsch Ich mach irgendwas falsch Ich mach irgendwas falsch Stieß dir immer einfach nur als du lässt es ab Ich warte glaube ich Und werde immer einen Abstauber machen Ja, Karten hier Nein, ich glaub mir fehlt grade so ein minimalistischer Strich Zum Level 6 Ja, also ein Kill wahrscheinlich Ja Dann kriegst du den nächsten Kill Nein, ja, ist okay Ich kann schon selbst Ich muss nicht geschenkt bekommen Oh, komm mal Kriegst du mir so gleich Besuch Ruf mich Da peitscht Ist das eigentlich schon wieder alles zu? Ne, schade diesmal nicht Da peitscht er Ich find das so geil Oh man So 090 Ruf mich Oh nein Nein, ich rufe dich nicht an Das ist echt kein Viecher Oh, sehr klar Das ist echt kein Viecher Ich darf nicht vom Level aufsteigen Nein Aufsteigen Heute nicht Du hast den Kill geklaut Du hast den Kill geklaut, den ich brauchte für mein 6es Level Kein Kill für dich Hä Ich bin traurig Ich bin traurig Ich bin sooo traurig Tja, hier wird Wahrscheinlichkeit zu mir kommen Ne Aber gib mir das wirst du gleich die Quest aber das bestimmt wieder XP Okay Yippie Hallo Guten Tag Wer noch? Wer noch? Ich bin auch begrüßt hier Da ist sie doch Dann gib mal das Ding ab Ha Ich hatte eine Katze Oh Was will ich? Ich glaub ich ne Tasten Die hab ich glaub ich schon gefunden Okay Mal gucken ob sie so viel besser ist 29 96 Pipapo Mal gucken Nicht mal sehen So ok Guti 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 Gab wir jetzt ne neue Mission gekriegt? Bestimmt Lege den Schalter um Es wird sofort immer ne neue Mission ausgewählt Müssen wir jetzt schon wieder da rum Wir hätten dort unten bleiben können Ach super Im Stich gelassen Hilft Jenny Springs Lege den Schalter um Wir müssen wieder dort hin wo wir grad waren Willst du mich verarschen? Nein Drei Worte mein Freund Wir waren doch gerade da gewesen oder nicht? Ja Mann was mach ich denn hier? Drück immer die Anfalt die Taste Pfff Okay Ähm Ne Ne neues Werkzeug hab ich nicht für dich Abgeschlossen 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 Kann man das Kann man Fast Troubles schon machen? Ich bin Level 6 Schön Okay Hast du das auch General noch zu zupft? Zu einer Mission Zu einer Mission Zu einer Mission Zu Menschen zu stehen Schürt zu uns Alter wir waren doch erst da gewesen Ja Ist schon ein bisschen nervig oder? Aber da waren wir da unten noch Ne Oder? Da unten waren wir noch Doch da waren wir noch Genau das sind die ganzen Ozon Dinge Das war das ist leicht doof Alter Sind wir jetzt aus Versehen hierher gelaufen? Oder Vielleicht ich glaube wir hätten ein bisschen Auf die Mission achten sollen Das bitte Weil wir haben ja noch eine neue irgendwie Zwischen rein gekriegt Hätten wir das gleich alles zusammen machen können Ja Okay dann lass uns mal Lass uns mal ein Challenge machen hier Challenge Ja Eine Challenge Wir müssen immer abwechselnd schießen Aber du? Ich Aber du? Genau Richtig Das wird mal hören Lustig Jau das wird richtig lustig Leute Challenge Challenge accepted So 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 Wahrscheinlich kommt jetzt kein einziger Gegner auf der gesamten Strecke Na aber immerhin Abwechselnd geschossen Das Problem ist ich habe vor allem einen Feuerstoß Also ich schieße immer zweimal direkt Gehst du? Da will er schon wieder dagegen irgendwie ne? Tja Geht leider nicht Challenge und verkackt Ja Ne dann machen wir alle zwei Schüsse Jeder kann zweimal schießen Ich hab noch eine Pistol Stimmt Wir dürfen jetzt nur mit der Pistole kämpfen Ach du scheiße Warte Nur mit der Pistole Pistol Action Ich muss die noch testen Da hinten ist jemand Das bin ich Ja da kommt ein Monster Und wenn du jetzt weiter rennst Ich komm so schnell wie hinterher Ja Ey Zweimal haben wir gesagt Das erste war bloß Probeschuss Du darfst Du darfst Du darfst Eins Eins Zwei Nein Ich hab's nicht gerade dran gekriegt Ja Ein hab ich Ein Da drüben ist noch eins Es kommt es kommt es kommt es kommt Vieh Vieh Ich glaub Ich hab nur einen Schuss gehabt auf dieses hässige Vieh Weißt du Was Du bist auf jeden Fall dran mit zwei Schuss Okay Oh ich brauch Sauerstoff Halt Nein Ich kann einfach da weiter Okay da liegt noch was Aber so money 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 Okay Okay Ja klappt doch Mir schlechter ist recht aber ja Bis auf das er gleich erstmal dreimal losgeschossen hat Das eigentlich war Probeschuss Ist klar Zum üben ob es funktioniert Es ist Teamwork Deluxe man Schon Taut ein bisschen blöder aber ist egal Das war lustig Okay jetzt sind wir wenigstens gleich da Schon wieder Na aber weißt du wir müssen den Schalter umlegen Hättest du es mal früher gemacht drück Habe ich schon Das war doch bloß ein bisschen Groß Leute Mal den Schalter legen wir noch um oder Ja Ja Okay Wo ist dieser Schalter eigentlich Ach werden da ganz hinten Doch come on jetzt Oh leck am Eimer Da waren wir doch auch Ja können wir noch mal alle töten Ich geh Nicht nur diese Monster haben auch diese hässlichen Fraggles Wo laufen wir lang Wir müssen ja hier langs rum Hier aus Glaube ich Ja Aber sieht schon cool aus oder Ist geil gemacht Ja vor allem das Raumschiff oder diese Station da drüben Hat ein bisschen was von dem Gesicht Ja Na ja ein bisschen Ich würde auch sagen ein bisschen Ja die Ventilatoren sowas auch Nein Nein okay Na ja ist okay Ein bisschen was Ich meine ja nur Nur mal die abkürzung Sprühen wir über die Schlucht Ähhhh Nein 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 Nö Was seid ihr denn? Tja Haben es nicht geschafft will ich mal sagen Ja So Wo ist der Schalter Da ist der Schalter Ich drück mal Komm nicht runter Ah Boah Alter Ich brenne Wieso hat das nicht geklappt? Oh die Sicherung ist hin Aber ich habe eine Idee Du bist die Sicherung Wer ist? Verzeihen? Wenn du den Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt Müsste das Sprungpad reaktiviert werden Stell dich zwischen die britzelnden Dinger Ja Klingt als wärs nicht sicher Ja Es tut höllisch weh Du solltest vielleicht mal raus Geht's da Wenn du's kill den Typ dann kannst du nach Concordia Alter Dunden sind zwei Warte ich glaube ich nur mal kurz mein Scharfschüssengewehr Okay Hab meine zwei Schüsse Ich auch Du willst Ja du willst Warte mal einen Ich nur mal meinen Scharfschützengewehr Ja mach mal Du das Ähh Wo sind der Gegner? Ach da Ab Junge ich hab kaum noch Leben Alter Ach hier ist einer Jubel Ähh Nein ich hab nicht getroffen Du bist Hahahaha Hast du nur zwei? Ich kann nicht landen Nein Ich schütze einfach zweimal so Komm mal Mann Alter Scheiße auf die Challenge Ähh Lass doch Ich war scheiße Hahahaha Töte Töte einfach Ja Jawohl Stirb Jetzt der lebt ja immer noch Ja aber das kann nicht wahr sein Wir sind direkt den Handy verpasst Letzter Haben wir uns jetzt? Ach katsch Ok wetzt Ja aber schon mein Leben war weg Dein Leben war weg Naja ich hab mich eben als Sicherung dazwischen gestellt Stimmt Uh ich brauch ja Dingens äh Luft und so Da war was Wo rennst du denn hin? Da drüben Hier bist du neben uns direkt zu den Sauerstellen Ach scheiße Ähm Ja Ich hab nichts gesehen Nein 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 Gut gut Ok komm wir müssen da zurücklaufen So Jetzt lass uns mal richtig loslegen hier Ach jetzt erst? Was haben wir da vorgemacht? Deine dämliche Challenge gemacht Die du unbedingt wolltest Ja klar So Ich würd sagen die Challenge müssen wir irgendwie äh ne Ein bisschen optimieren Ich hänge fest Was machst du denn da? Fest hängen Und Nein 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 Uiiii Nein Was machst du da? Gesterben Aber trotzdem Ernsthaft Ja ich wusste nicht man alter Ich hatte Sprungbett verplant Ich bin wieder zurück gesprungen ich Idiot So Dann hab ich nicht gesehen Ah Zum Glück hab ich hier den Speicherpunkt aktiviert sonst wärs wieder weiß gott wo gelandet Ah Ja ich bin nicht nur einmal gefallen Arschloch So Warte Wo ist das alles voll Ansonsten Gut okay Wo lang? Reicht da vorne ne? Da rei- Na toll bin ich im Vendelator gesprungen Wie bist du auch gestorben? Nein Huch Hä? Äh? Schon ein bisschen älteres Äh Ja Da passt ja wunderbar hier noch ins Ende der Folge Aber jetzt nicht alle zwei Schuss Da ist er Nein Äh Wo ist das der? Snappert der? Da oben Ich seh ihn nicht Ich bin irgendwo rauf gesprungen Alter Wo siehst du ihn denn? Der ist da oben irgendwo Da Alter Ich hab ihn mitgetroffen Oh oh hier haben noch mehr Oh hier haben noch mehr Was ist doch noch mehr ist hier ja? Ruter Sache Ja ist Ich werfe die Granate Alter nein Ich werfe auch ne Granate hier du Trottel Oh 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 nein oh nein ich muss weg Ich muss weg Alter Wir schießen darauf nicht Ich bin das nicht oder? Ne Ich schieße mich auf dich Waaa Alter Weiß was geht ab? Elektrifiziert Verdamm Oh 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 Ach der oben Ich bin weiter hoch gesprungen Wo ist denn der? Ich seh den nicht Der ist über uns gerade wenn ich es richtig seh Oh nein Äh Nein Voller Ding geschossen Ich seh ihn nicht Boah ich mach mal kurz mein Schild Äh 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 Wo sind die den Gegner? Ach da Ja überall irgendwelche Warum bin ich denn drauf gesprungen gerade eben? Fuck Wo bist du? Ach hier oben Alter Ja ich versuch grad mal mit dir Ah da ist er Alter ist der nervig Oh 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 ich muss weg ich muss weg Mach das mal Ich versuch grad von hier oben mal zu snipern Boah Okay ich hab ein paar Treffer äh ne Hier platzieren können Ist schön So wo ist er jetzt? Ich hör ihn aber ich seh ihn nicht Da hinten ist er Da hinten ist er Der macht irgendwas mit dem Fußboden Ich hab keine Ahnung was das ist Ich hab keine Munition mehr Musst du Pistole spielen? Mein Schild lässt mich nicht im Stich Nein Kämpfe um dein Leben Scheiße Äh Ich hab ein Problem Da ist noch ein kleiner Ich hab keine Munition mehr Komm schon komm schon komm schon komm schon Komm schon Muss nachladen Ja ich hab ihn Oh mein Gott Oho Ich muss hier weg Ich muss hier weg Ich muss hier weg Oho Oho Ich hab keine Munition Verdammt Ich weiß nicht wo Ich weiß nicht wo die Leute sind Boah ich hab kaum ein Leben Ich muss so aufpassen grad ja ich habe mich habe ein ganz großes problem dass ich keine munition habe nein ich habe ihn ich habe ihn was soll wir suchen das ist ein schlüssel wir müssen zu einer leiche wo sind die? irgendwo da oben warte mal die ist ja markiert ich versuche mal kurz da hochzukommen stirb alter ach ne wir müssen einfach ein zweiter krass alter komm mal hier runter ja ist ärgerlich ich wollte mitmachen ja aber ich habe auch keine munition ich stand voll am falschen ende aber du warst auf dem auf dem elektrofeld ne? ja war ich deswegen bin ich hier fast gestorben das ist ärgerlich so habe ich jetzt eigentlich munition von mir scharfschützen gewährt tatsache boah die munition hat richtig der hat richtig gefressen ja zu viel mag das ding auch relativ easy denn zu sein ne? als es anschein ich weiß nicht ob das skaliert mit der schwere ich glaube es war beim letzten teil auch glaube ich nicht gefilmt so ok alles klar gut oh gott ich brauche unbedingt leben nein 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 nicht in die richtung so hast du gar kein leben mehr ja? 29 oh man ich schreit nirgendwo runter drückt C genau ja lass uns mal ach ein klo nimmst ausm klo raus ja lecker ne ecken haben sind bei mir voll so einfach mal alles aufmachen so hast du noch ein bisschen was ja ne? ja ich denke wir sind relativ voll wieder guck mal hier ist ne ah ne speicherstation aber die speichert nicht? ne die will nicht ich mag uns nicht ok warte mal kurz ich will mal kurz meine waffe ich bin mit dir absolut unzufrieden gerade die pistole ist ja mal richtig der letzte rotz mit der pistole habe ich den gegner gerade noch fertig gemacht ja meine aber nicht die ist nehm ich für die ja ich denke das ist oh ich hab ne besseres schild ja die scheint besser zu sein so ok ok alles klar können wir loslegen jo ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge oder? genau ja man und bis dahin die im Kopfschuss tschüss tschüss tschüss